Wir befinden uns hier bei der Gemeinschaft Sant'Egidio in den Räumen, wo gerade die Jugend für den Frieden Kleidung sortiert. Und hier ist Moabat. Hallo, ich heiße Moabat, bin 14 Jahre alt, komme aus Afghanistan. Ich kenne die Remo schon seit 8 Jahren, lebe seit 14 Jahren hier. Und was wir hier gerade machen, sind Klamotten und Sachen sortieren, damit die Leute, die hier ihr Zuhause oder Sachen gesagt haben, das den geben können. Ja, und ich danke für das Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und dir.